Helge, wie seid ihr in diese Woche gegangen nach der bitteren Enttäuschung letzten Freitag? Ja, wir waren alle sehr enttäuscht, nicht nur am Abend selber, sondern es hat sich natürlich noch einige Tage auch gezogen. Wir haben dann Montag das Spiel auch nochmal analysiert, haben natürlich einen Tag nachher noch darüber gesprochen und haben dann aber auch gesagt, das einzige was wir jetzt machen können ist nach vorne schauen und unsere Sache dann auch in Lippstadt noch besser machen, insbesondere auch was die zweite Halbzeit angeht, dass wir dementsprechend dann auch ein besseres Ergebnis holen. Was waren denn so die inhaltlichen Ansatzpunkte sowohl in der Nachbereitung zu Wuppertal als auch Vorbereitung zu Lippstadt? Ja, wenn man sich das Spiel gegen Wuppertal anschaut, denke ich war die erste Halbzeit in Ordnung. Wir haben die ersten 15, 20 Minuten relativ dominant gespielt, ohne jetzt die riesen Torchancen zu haben. Allerdings hatte der Gegner auch keine Torgelegenheiten. Danach war es bis zur Halbzeit so, dass wir uns ein bisschen zurückgezogen haben, aber sehr, sehr viele Umschaltmomente auch bekommen haben, wo wir drei gegen drei besser hätten ausspielen müssen. Da gab es zwei, drei Situationen von, wo wir vielleicht auch über eine Umschaltaktion das zweite Tor machen können. Und nach der Pause wollten wir sicherlich nicht so tief fallen und so passiv werden, wie es am Ende der Fall war. Aber wir hatten zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, auch wenn wir wenig Ballbesitz hatten und wenig Entlastung, dass der Gegner richtig zwingend und gefährlich werden konnte. Und dementsprechend haben wir dann auch davon abgesehen, was umzustellen. Vielleicht hätten wir das etwas früher machen können. Im Nachgang, klar, wenn man 2-1 verliert, hätte man es durchaus anders machen können. Aber wie gesagt, für uns gab es jetzt dahingehend zumindest nicht die Not, dass wir nicht den Eindruck hatten, dass der Gegner jetzt alle fünf Minuten richtig gefährlich werden würde. Und jetzt geht es natürlich im nächsten Spiel darum, dass wir einfach insgesamt deutlich offensiver wieder agieren, dass wir wieder mehr vom Spiel haben in beiden Hälften, dass wir wieder mehr Dominanz auf dem Platz bekommen und einfach auch das, was uns ausmachen soll, dass wir das dementsprechend auch mehr auf dem Platz bekommen, sprich dominanter mit und gegen den Ball spielen. Was erwartet ihr denn jetzt für ein Spiel gegen Lippstadt? Ist das ein unangenehmer Gegner? Ja, Lippstadt, muss man sagen, macht das seit Jahren gut, mit geringen Möglichkeiten. Ist für mich so eine U-Leitmannschaft, einfach die auch einen fußballerischen Ansatz hat, die immer mit sehr, sehr vielen jungen Spielern agiert, die immer spielerische Lösungen sucht, auch in den letzten Jahren viele Gegner gerade zu Hause vor Probleme gestellt hat. Das wissen wir. Wir wissen auch, dass der Gegner auch eine Reaktion zeigen möchte nach der Auftakt-Niederlage gegen Fellbad. Wir wollen uns auch deutlich verbessert zeigen und dementsprechend werden wir heute anreisen und werden morgen versuchen, unsere Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auch gut auf den Platz zu bekommen. Wer wird denn alles mit anreisen? Personell sieht es ja wieder ein bisschen entspannter aus. Genau, Personell kommen eigentlich soweit fast alle zurück. Die einzigen Ausfälle, die wir zu beklagen haben, sind Mika Hanratz, wo es ja glücklicherweise dann doch nicht so schlimm ist, nur mit dem Außenbandriss, nicht dass in das Moseband gerissen ist, plus Sascha Marquet. Ansonsten stehen uns alle Spieler zur Verfügung. Sprich, Jan-Luka Rumpf ist zurück, Kars Peters ist zurück, Behan Amethoff ist zurück und Aaron Herzog wird dementsprechend auch wieder dabei sein. Gut, danke dir auch. Gerne. Ja Nils, wie war die Woche jetzt für euch nach der bitteren Niederlage? Was habt ihr getan? Ja, wir haben natürlich die Niederlage erstmal aufgearbeitet, war natürlich sehr, sehr enttäuschend für uns, auch für das ganze Umfeld, denke ich. Und ja, so ist es natürlich immer sehr, sehr schwierig für die einzelnen Spieler, damit umzugehen, gerade für mich auch. Aber wir haben das aufgearbeitet, wir haben es abgeschlossen, blicken jetzt positiv auf den neuen Gegner und werden jetzt sehen, dass wir auch dieses Spiel dann positiv gestalten werden. Was hast du oder auch andere erfahrenen Spieler vielleicht noch der restlichen Mannschaft mitgegeben, dass man mit so einer Niederlage dann auch schnell abhören kann? Ja, ich habe jetzt auch schon das eine oder andere Spiel auf dem Buckel, genau wie der eine oder andere bei uns in der Mannschaft. Und klar ist einfach, dass gerade auch aufgrund dieser Euphorie, die hier entstanden ist, dass man Ruhe bewahren muss, dass man sich auf seine eigenen Stärken einfach besinnen muss und dass wir weiter hart arbeiten. Und dann wird der Lohn dann auch zwangsläufig dann wieder zurückkommen. Wie war denn das erste Spiel für dich wieder auf dem Tivoli vor so einer gigantischen Kulisse? Ja, das war schon Wahnsinn, muss ich sagen. Ich habe es auch gerade schon erwähnt. Das ist ja auch ein absoluter Traum. Die ganze Familie ist da, viele, viele Freunde sind da oder verfolgen das über den Stream. Da möchte man natürlich ein ganz besonderes Spiel abliefern. Und ja, auch gerade in Anführungszeichen nach Hause zu kommen, war natürlich für mich halt wirklich, war wirklich schön. Ich hätte mir natürlich ein schöneres Ergebnis am Ende dann gewünscht, aber das müssen wir jetzt leider hinnehmen. Ist das für euch Spieler denn dann eine große Umstellung, wenn man jetzt nach Lippstadt fährt und da eine etwas andere Kulisse dann erwartet? Nein, keine Umstellung. Also das war ein sehr, sehr besonderes Spiel gegen Wuppertal, das muss man sagen. Aber der klare Alltag sind jetzt Spiele wie gegen Lippstadt. Ja, das kennt man aus der Vergangenheit und da muss man sehen, dass man da jetzt alles abruft, um erfolgreich zu sein. Wie wollt ihr denn jetzt in das Spiel gegen Lippstadt reingehen? Ja, wie gesagt, wir haben die Fehler aufgearbeitet. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir müssen einfach unsere einzelnen Stärken noch gezielter auf den Platz bringen. Und dann bin ich der festen Überzeugung, dass das ein gutes Spiel wird morgen. Ist das denn nochmal so eine kleine Extramotivation, dass man zuerst so eine bittere Niederlage einstecken musste? Dass man jetzt sagt, jetzt erst recht? Ja, würde ich schon sagen. Klar ist, dass jeder enttäuscht war und jeder weiß, dass es besser geht. Und ja, wir wollen natürlich auch jedem beweisen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und dementsprechend werden wir dann morgen auch agieren. Gut, danke dir. Gerne. Gut, danke dir.